Freunde, die Schatzsuche Auszüge aus dem Buch von Helme Heine und Gisela von Radowitz Belz und Gehlberg Wer sich am Mitmach-Hörbuch beteiligen möchte, nimmt sich einen Abschnitt aus und spricht den Text als Sprachnotiz in den Händen, speichert die Notiz ab und schickt sie per E-Mail an. Hörbuch at Donner-Reusel.de